Du bist so ne geile Barbie, Mann. Ich hab so nen Dicken in der Hose. Lass mal ein bisschen poppen, oder nicht? Nein, Pascal. Ich denke nicht. Was? Nein? Warum? Ich bin grad mit was anderem beschäftigt. Ich hab total den schönen Ring gesehen, Pascal. Wirklich. Beim Juwelier letztens. Im Schaufenster. Ich hab mich total verliebt. Hier. Ja, der ist ja schön, aber... Ich bin den auch total schön. Ja, ich hab aber Lust auf andere schöne Sachen. Ja, ich möchte aber bitte den Ring haben. Besorg ihn mir. Wo soll ich denn die Kohle her? Und lass mal gucken, was das Scheiß Ding kostet. Pascal, das ist mir sowas von scheißegal, wo du deine scheiß Kohle hernimmst. Ehrlich. Kümmer dich irgendwie drum. Hey, ich verdiene beim Ulli nur 600 Euro in der Ausbildung. Außerdem muss ich bei meiner Mutter noch die Schulden abbezahlen. Ich hab kein Geld für den Scheiß Ring. Ja, aber dass du Schulden bei deiner Mutter hast, da kann ich nichts für.